aber ich habe nur eine mark die halle das leben in der großen stadt ist vorbei alter jetzt auf die tür zu das mit müde sammeln war auch schwer erfolgreich verdammt vor der nase zugemacht weil das wird hier reinkommen und Hä? Ihr könnt mich mal. Ja super, hier vorne geht es nicht so weiter. Und jetzt? Das ist wie bei Larry wahrscheinlich. Hä? Guck mal. Ich muss mal was machen. Ja, das macht mich nicht. Da ist mir noch ein paar Wissen nicht mehr. Ja. Ich schreibe ihn hier fest. Das war's für heute. Und jetzt? Äh, Eier. Ja, super. Da hab ich ja die volle Auswahl. Ich glaub, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wenn das lauter so beknackte Rätsel sind, hab ich ja richtig Bock drauf. Das ist doch eine Tür, oder? Kann ich die irgendwie aufziehen? Ach, guck mal hier. Unten links. Okay. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keine Musik? Ich komme hier nicht rüber, das kannst du vergessen. Kannst du vergessen, ich komme hier nicht rüber. Und ich bin so ein Spast. Musik? 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 Das ist die Spieluhr von der Six von ganz am Anfang, oder? Musik? 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 Da schläft doch wer, oder? Ähm. Ähm. Ich bin ja mal kurz weg, gell? Ich komme hier nicht raus. Musik? Musik? Hallo Six? Hallo? Hey? Musik? Musik? Die hat sich aber verändert. Hä? Hä, wo ist denn jetzt? Hä? Okay, die hat mich einfach platt gemacht. Ich, weil du mit geschaut. Musik? Was warstar衰? Ich allerdings... Pizza康 curve macht mich etwas G하신. Wir sind sehr ganz ruhig, felles ran. Da liegt ein Hammer. Ja, muss ich ihm auf die Hand hauen? Oder auf die Spieldose? Ja, wir haben auf die Spieldose. Ich weiß nicht, ob Six das so toll fand. Ich gehe dann mal. Mach's gut, Six. Wahrscheinlich wieder gesehen zu haben. Alter. Okay. Habe ich wohl zu lange gebraucht. Bin dann mal weg. Ah. 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 Guck nicht unterm Tisch. Guck nicht unterm Tisch. Was ist bei der verkehrt? Ähm, da ist sie wieder. Ich nehme mal die Axt mit. Warte mal, ich lasse die Axt mal liegen. Warte mal. Warte mal. Äh, ok. Kann ich da oben an das Seil? Äh. Alter, da hat die mich voll durch die Wand gekloppt. Hä, wieso bin ich denn jetzt so langsam? Warte mal. Da hat sie mir wieder eine mitgegeben. Ich muss wahrscheinlich mit der Axt die Spieldose zerschlagen. Warte mal gerade, wir machen das mal anders. Ich hab ne Idee. Warte mal. Oha, nee. Wie soll denn das funktionieren, ey? So. Hm. Okay. Okay. Alles klar. Dann anders. Zu lahm. Hey! 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 Untertitelung. BR 2018